So, jetzt reden wir in der nächsten Folge hier direkt mal mit William und schauen mal, wie es dem so geht und ob wir den vielleicht aufgeheitert bekommen. Und auch wenn ich noch teilweise sehr betroffen bin von diesen Änderungen, ich versuche, na, ich versuche es. Ja, fragen wir wohl hier mal ein bisschen aus hier, ne? Ja, sie ist alive. Sie ist ein Trooper. Ist sie mich schuldig, dass sie nicht in Kontakt bleiben? Sie sollte sein. Ich habe keine Entschuldigung. Sie war schuldig, aber sie weiß, dass du dich interessierst. Und ich weiß, wie schwer es ist, um alles zu processieren. Es hat uns viele Jahre gedauert. William, ich möchte einfach, dass, was passiert, ich werde immer hier für Chloe sein. Immer. Ich weiß, dass du, Max. Also, du hast es endlich geschafft, in Paris. Ja, wie sie sagen. Nicht ich, weil ich nicht frischisch spreche. Aber es war eine großartige Erfahrung, insbesondere für Chloe. Ich kann sie sehen, dass sie es liebend ist. Sie alle lieben, dass sie auf eine Familie-Adventur wie das. Sie hat es gesprochen, um zu gehen, aber das ist nicht praktisch. Das stimmt, das ist nicht fair. Ja. Ich bin mir beeindruckt von Chloe's room und all die High-Tech-Equipment. Du solltest. Wir können ein paar Mansions kaufen, was es alles kostet. Insurance hilft, aber ich weiß, Max. Ich weiß, dass es sich schwer für dich auf dich, finanzielllich ist. Diese Bindungen sind eher wie kröchig. Wir müssen uns aufzuhören, und das ist ziemlich schade. Aber wir werden überfühlen. Die Preis ist immer richtig. Get it? No? Ja, ja. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. Ich denke, es ist toll für Chloe zu sehen. Es macht Joyce happy, auch. So, es ist nicht alles bad news in Arcadia Bay? Oder ist es? Ich habe das über die Frau verletzt, Rachel Amber. Oh, ja. Sie ging nach Blackwell, richtig? Oh, poor thing. Das ist ein echtes Schmerz für eine Familie. Ich bin Angst, denke ich über Chloe, und dass wir sie vielleicht verlieren können. Oh, ja. Aber all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Panistates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please keep me from these bills whenever you want. Ja, also der macht tatsächlich so einigermaßen das Beste draus, was man machen kann. Er versucht auch seine gute Laune nicht zu verlieren. Dafür kann man ihn bewundern. Choice is a food coupon boss. Oh, ja. Das war sie aber davor schon. Keckse, 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 Keckse. Das darf ich nicht angucken. Ja, die machen eine Garage Sale und verkaufen, was sie verkaufen und entbehren können. Sie sterben in den Tod. Nur um ihre Tochter zu beachten. Suche Bullshit. Please send a check or a money order of payable to happy credit card. Oh, man. Ey, da wieder 3000, dort 1000. Und ich habe jetzt nur die Tausende genannt. Das läppert sich. Das ist so, ups, so übelst. Ja. Gehen wir mal nach oben. Da waren wir auch Jahre nicht, könnte man sagen. So, und ich fange einfach mal an, mich hier umzugucken. Oh. Oh, Max, es ist so nett, dich hierher zu haben. Da überraschen wir Joyce. Ohne anzuklopfen, einfach mal rein. Wer weiß, vielleicht war ich sogar, also Max sogar und weiß es nicht mehr. William ist so hart zu versuchen. Er ist immer großartig. Und irgendwann war hier mal Stromausfall, sonst würde der Wecker nicht so blinken, ne? Das letzte Mal hatten wir hier einen Vogel. Oh, nein. Ich habe nicht gedacht, wie schlecht das Chloes Entrieb wirklich war. Joyce ist bereits eine Supermom. Supermom und Superdad. Oh, voilà. Raucht sie wieder? Hey, Joyce. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult. But nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Sag mal, kann ich nicht Lotto spielen mit meiner Gabe und denen helfen? Das wäre doch was, ha? Plus... You guys have to work too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Lock. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Hm. Besser ist das, ja. Tja, mit dem warst du mal verheiratet an einer anderen Realität. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Hm. I hope so. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much. And she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. It's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Hm. Ja, wir haben sie ganz schön warten lassen. Ich meine, hallo, die wartet immerhin auf ihre Schmerzen. Äh, Schmerztabletten, also Immorphium. Ja, gut. Medizin, Schmerzmedizin. Was sagt man so einfach? Schmerzmittel, Schmerzmittel, ja. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Hm. Nee. Was ist da jetzt drin? Ein leeres Zimmer. Das war mal ihr Zimmer. Das war mal ihr Zimmer. Und jetzt? Oh man. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Please give Chloe a hug. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Wir hoffen ein Stück zuletzt. Toys. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hm. She's like Chloe enjoys for me. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive. But that would be cruel. But then I see that they're a family again. And who am I to judge? Tja. Ja, wir haben ja da Zeit gespielt und es hat nun mal einfach, ja, Änderungen bewirkt. Ob die jetzt gut sind oder schlecht. Nein, Stepdouche gibt's nicht mehr. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. It's all about you, Arcadia Bay. Isn't it? Wenigens kennen wir uns hier noch aus. Ja, wisst ihr noch, da oben war immer ein Vogel gesessen. Jetzt ist er weg. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Hm. Ja, deutlich mehr Medizin wie früher. Here it is. I never thought I'd be delivering Morphine to my best friend. How's it going time, Tripper? It's funny. I think I look older. Älter nicht unbedingt, ne? Aber Wo könnten solche Sachen sein? Ich glaube, ich muss nochmal kurz zurück in das Zimmer von Chloe. Einfach, um mal da aus dem Fenster zu gucken, ob da was vor dem Fenster ist. Ich meine, da hängt immerhin kein Fenster mehr. Alter, da hängt nirgendwas dran und ich sehe hier auch nix. Naja, scheinbar ist das hier in den Fenstern nicht, ja. Strange, wo das wohl zu finden sein wird dann. Wenn nicht hier. In dem Zimmer war es auch nicht. Ich bin gespannt, wie viele Fotos ich dieses Mal finden werde. Ich gucke nochmal kurz hier das Fenster an, zur Sicherheit. Ich finde das Fenster bisher auch nicht. Was mich ein bisschen wundert, weil wo soll es sonst groß sein? Wenn nicht hier, ne? Also es ist schon verwunderlich, wo das Fenster hin ist. Was ich dafür brauche. Egal, jetzt bringen wir erstmal Chloe ihre Medizin. Die hat lang genug auf uns gewartet. Endlich. Gib mir die Blutpill. Ich bin sorry. Ich bin knusig, aber nicht präzise. Geh an und pluggi es direkt in. Es ist so einfach. Und schrecklich. Okay, aber komm bereit, zu deinen Leuten zu schreien, wenn ich aufgeworfen bin. Oh, vertraue mich. Ich werde. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But, can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Photo album, photo album. So Chloe has her own photo album. Ja, ist was Neues, ne, dass die ein photo album hat. Wollen wir doch mal gucken. Okay. 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 Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Okay. Okay. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There is still time for you. Ja, aber alleine ist es nicht das gleiche, Chloe. Alleine ist es nicht das gleiche, wenn man das macht, ne? Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally, seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible and you made me feel that way today. Hey, I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Oh, Chloe. Oh, Chloe. Oh, man. Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Chloe möchte, dass die aktuelle Erinnerung, dass ihre letzte Erinnerung ist. Ja, sie bittet uns also definitiv um Sterbehilfe. Und ich kann das jetzt akzeptieren. Ich kann es ablehnen oder einfach sagen, hey, don't know. Sorry, also. Natürlich gibt es oder kann man teilweise die bitte verstehen, aber. Ehrlich, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Das geht einfach nicht. Shut up. Max, du bist da für dein Freund, egal was. Now, I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Und nochmal die Entscheidung. Sie hat es nochmal erklärt und möchte diese, diese eine wichtige Entscheidung, ja, in Anführungszeichen, selber treffen. Die beste Freundin bittet mich um einen Gefallen. Was soll ich schon tun? Das Spiel ist nicht mehr das gleiche. Die ersten drei Kapitel sind irgendwie weg und Square Enix schmeißt uns hier in einen Wirbel der Gefühle. Oh, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Ich möchte ihm so in den Arsch treten dafür. Hier geht's und ordentliche. Hier geht's. Ich sage mich. Hier geht's. Ich sage mich. Eine Überdosismaßung soll es dazu sein. Schlaf gut, Chloe. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Ich hoffe, die Flash nicht schraubt. Das ist ein Keeper. Hallo? Hey, honey. Was? Oh, ich wusste nicht, dass du brauchst. Natürlich, ich komme dich an. Shit, wo sind meine Schläge? Das ist ein Dollar für den Swear Jar. Du sagst, dein College Fund? Aha! Ha! Du kannst mich nicht immer wiederholt. Und keine Chloe und Max-Wine-Tasting-Session. Papi! Es geht nicht. Denn heute deine Mutter hat gesagt, wir machen uns eine gewöhnliche Salmon-Suppritte mit dem Schokolade für Dessert. Max, du bist auch hier, oder? Sie wird niemals verlassen. Das macht alles. Max, du bist so fucking strange. Like, du bist niemals wiederholt. Chloe, ich bin so sorry. Ich habe versucht, Dinge anders zu machen. Ich habe versucht, Dinge anders zu machen. Ich habe versucht. Ich bin sorry. Ich bin so sicher. Und wenn wir aufwachsen, wir nehmen uns über die Welt. Listen. Whatever happens, ich will, dass du dich stärker bist. Even wenn du fühlst, ich war nicht da für dich. Ich werde niemals abhören, Chloe. Ich werde immer deine Backen. Immer. Immer. out. Ja, so ist Life is Strange wieder, wie wir es kannten, wie wir die ersten drei Episoden daran gespielt haben. Allerdings ist wieder was anders, das Bild ist plötzlich dran. Woah. 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 Max? You get one kiss and now you're all over me? I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Besser nicht. Besser nicht. Echt nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. So, das waren zwei sehr, sehr harte erste beiden Folgen von Episode 4 und jetzt. Ja, jetzt, denke ich, geht es in Folge 3. Also in der nächsten dann weiter. Und wir machen uns endlich ans Werk. Die letzten zwei Folgen waren wirklich hart genug. Ja, dann sage ich es mal wieder, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich haben wir dann wieder mehr zu lachen.